Ja Leute, äh, Game Nummer 3 war ich leider wieder in der Fight-Chance-Szene, aber ich werde lernen. Wann kann ich das? Ich soll trotzdem hochladen. Wirti, Harry ist doch super. Und Rammus. Irgendwas, was richtig gut Ghost benutzen kann? Rammus. Rammus. Oder Wladimir, maybe? Ja, Rammus. Sylas. Ich spiel nix anderes. Cool. Ah, stimmt, Yuumi, ne? Ei. Ja, Yuumi ist echt ein... Aber Bartzui. Aber wenn der AD Carry kein Flash hat, ist Yuumi doch auch richtig useless für Gangster. Ich spiel der Eswe. Silvio, dankeschön. Ich mach's noch mal hin. Wollen wir ihn Eswe wegpicken? Bei Wird man jetzt Bartzoui? Kann zu Eswe haben wir mitzuspielen? Achso. Nööööööööööööööö. Also picken wir jetzt Bartzoui. Ja. Also ich seh uns da. Ich seh uns auch da. Kutscher? Ja? Hat das so ne Carry Performance wie das letzte Mal von dir? Aber hallo. Dann hohe ich mir noch ein Bier. Obwohl ich weiß nicht, ob das nicht kontraproduktiv ist. Macht dann mit Spaß. Das ist auf jeden Fall kontraproduktiv. Ha! Pint Yumi hauen sie raus. Weiß ja nicht. Ike ohne Flash? Mutig, mutig. Jetzt TF1. Also wieder einmal so ein Prime Day, alter. Wieder super Angebote. Was wollen wir noch, Bann? Boah. Komm mal Arcadio, oder? Erstmal Tamm-Crench. Also das stimmt. Das muss nicht nochmal sein im Leben. Das stimmt, ey. Witte gerade dauernd? Ja, so halb irgendwie. Ist mega buggy gerade. Ja, dauernd. Ja, something is technically wrong. Ja, same. Ähm. Oh, wat? Ja, hab ich echt so ne Arcadio oder so. Find ich so geil in Mitte. Warte mal. Warte mal. Get away. Get down. Alarm. Welt geht unter, Artikel 13 ist released. Echt? Ja. Ja. Das ist natürlich auch ein Champ, der nicht so auf Flash angewiesen ist. Das Matchup ist halt vor allem richtig terrible für TF. Ja, Malser. Ja, Malser. Karma ist auch noch offen. Kann Malser gehen. Ich hab jetzt nicht wirklich practice auf den Champs. Boah, hast du was gelesen? Was? Das ist nicht so schwer. Artikel 13. Alter. Ich weiß ja auch. Ich weiß ja nicht, ob du träumst oder was ernst meint. Ne, ich mein das ernst. Okay. Welchen Champ willst du haben, Kevin? Spiele ich mit Eri? Ähm. Oh ja. Kannst du mal. Ja. Haben die da zugestimmt zu, oder was? Alter, die Schnauze. Das Ding ist, weil Tim weiß nicht immer nicht, ob der erst am Anfang ernst meint und merkt, Oh shit, er hat was richtig dummes gesagt und dann so anfängt zu trollen. Man weiß auch nie, ob ich wirklich trolle oder wirklich dumm bin. Ich glaube, er hat am Anfang gemeint, dass er zueinander gemerkt, dass er getrollt wurde. Hab ich dich durchschaut? Ja, ich weiß es. Ne. Ne, das ist wirklich... Wann bist du in Berlin? Zweite, dritte, vierte das Wort denn, ne? Ne, erste, zweite, dritte dann jetzt. Ja, geil. Dann saufen wir richtig ein. Ja. Ist Biermeile, ne? Da ist auch noch was anderes. Ach so. Schreib mal Whatsapp, ich will wissen. Okay. Warte. Könnt ihr vielleicht vorher swappen? Oh ja. Danke. Ja schon. Relativ wichtig. Check nochmal ruhen. Boah. 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 Beweisen wir es den Leuten. Keiner schlägt Spin viermal in Folge. Ja. Defeat. Boah. Laufen. Wochenende. Be работает. 겠다. No să. Und zwar. foi. kutscher ja bis jetzt war jedes gegen kacke für mich macht mich glücklich wenn du musst mir jetzt ja mal live coaching geben was starte ich durch das ring so scheiße aus man hat nur noch drei minuten dematerialisieren ja ja also das ist wirklich stärker lange ja ich hab angst vor dem busch von den summoners aus wie so ein richtig schönes level 3 gegen wiederholen wenn weggen sollen stimmt einfach auf die draufflasche zu fünft also so richtig kacka so folie und danke für den resub nee einfach nein doch wo startest du tim ist gerade beschäftigt du bist gemutet falls du redest oh lol warum bin ich gemutet der fuck ja ich wollte botsatch dann die hatten hier bock auf ärger aber nicht mit mir aber es kommt noch hier doch nicht mit lola den q geblocken trotzdem 60 damage gekriegt aber geil dass du gerafft das was ich meine kevin könnten auch noch mal hier reingehen na ja bleibt einfach in dem busch hier stehen dann könnt ihr covern oder noch mal mitte jetzt ein bisschen pushen lassen ja ich habe mir den geäten der ist einfach der hat mich einfach gar gut wir kommen auf dem mittler es ist ultra low ultra omega low der kommt wieder ich glaube da kann man nicht viel kontesten ja noch wahrscheinlich hier oben ich glaube ich habe noch nie den walzer mit diesem beuteligen spiel weh gespielt ich halte ich die weh einfach auf cool oder wie mache ich das du hast nicht genug meiner doch ablos chapter kannst du auf cool anhalten und einfach pushen bis dahin muss halt ein bisschen mehr branchen spielen danach wird es zum robot was man ja nachher das freest für uns ganz geil für wieder baut neil seit fahren ja der hat hier schon einiges verloren wenn wir hier kommen probiere ich wieder von hier oben ja gut wo leider nicht dran da merke ich gerade so ein kleines generelles problem wofür also es muss bs jetzt können wir die verteidigen aber der ist immer noch ja ich habe keinen ich habe pulldowns gerade habe ich move 6 sekunden kein flash 3 sekunden ach really danke kevin ich finde es witzig dass kevin sagt der kam kein flash und er einfach nicht geflasht hat ja ne halt dass er keinen flash hat so an sich aber ich dachte du dachtest halt er hat geflasht und er hat keinen flash mehr so ich wollte eigentlich noch mal erinnern aber das kann man so raus als ja es klang halt wirklich so im sinne von so yo der hat keinen flash der ist gerade geflasht och oh mein gott ich hab ich hab einfach großart und kann das nicht dodgen ja das matchup ist schon hart winning für malzer oder ja also auf level 6 wird es ein bisschen tricky halt ne hause hat dann junior backup äh kutsche ja ein kleines problem oh da war mein mitte ist wieder super low kannst du baiten ja und halt flair das ist ja ich du mal drecks kannst du hoffentlich was von dem auto überfahren ne wir pushen das raus kein flash jorge 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 ach ja kasse jumishpieler ich bin selber einer oh weia kann man auf eine wave pushen ja dauert hier ganz schön lange grad hab dort ich hab das nicht durchgepusht auf eine wave kann man nicht beurteilen wie krass kein flash ist alter die macht damage macht auch damage kein ig nein miss kragas also mitte läuft super kragas immer noch miss ja der ist hier er war grad hier er hat er hat kianos bot side jungle gemoved ich hab scheiße ich hab gar keinen bock interrupted zu werden 06 wird jetzt schwieriger sagste wie muss ich da jetzt irgendwas anders machen oder ja du holst den jungler hin der muss dich holen und dann holtest du ihn und er gewinnt den fight geil wie interessiert so oder wirkt er ja ja aktuell interessiert mich noch mal so aus und er ist voll geil über jungle und jungle ist eigentlich auch geil aber das sagt jeder über seine eigene nehmen weil man halt immer was spielt kkkk hier ist fest das ist wie mit das ist wie mit wie in der schule mit den mädels damals da dachte es doch auf anderen schulen sehen die alle geiler aus aber eigentlich ist das gar nicht so ich hab nur logisch gespielt wir haben da geworden ich fand mädels damals eklig ja gut ich auch immer noch ja stimmt kannst du einfach mal ulten schwierig na gut hol ich wieder ab das ist super komm runter der pack hat nämlich kein mana mehr ne ja komm mal geh da rein füßt hat hier ist mir geil ja kein flash irgendwie hat das nicht gelächtet von mir wo zieh mir der hund oh hätte ich wahrscheinlich nochmal hirn sollen getötet von der katze ähm mit portjohnny oder ja ich hab ja einmal gehielt aber zweimal ist mir ein bisschen übertrieben ich weiß nicht warum meine e nicht getroffen hat wir haben mich auch warum meine q nicht getroffen hat das war eigentlich komplett drauf actually meine e war auch drauf relativ sicher das ist das wegen der fiss ist ultra low da wird gleich jemand kommen jaja das ist so geil warte denn ich glaub das das war am häufigsten gehörte der gehörte Satz in dem game ist also der fiss ist ultra low ich glaub das ist das fünfte mal das fürste alles das ist so lustig das ist egal das ist halt neu ja ich sehs dumme aber ich kann dich zaubern aber du hast auch kein flash ne ja flash ist auch ok true das auch kiana top äh ich move hoch die haben beide keine flashes ich hab keinen ult der hat kein flash im was ah jetzt oh ich dachte schon ne lösterein bin da johnny supi noch konkurs talon kannst du da so ein edel Echen drauflegen ok er hat mich outplayed nöt mal trotzdem ah der hat noch ult ich bin anlucky aber hab ihn er hat mich komplett outplayed schau wie hättest du mein lane der hat nen webbuff ne der kann ich verhalten kann sie wahrscheinlich ja nimm die platings du wein äh fiss ist ultra low ja ja ich hatte eh drauf das wird der kampf des jahr tausend alter oh shit oh shit cheater joge kiana sieht richtig spaßig aus joge das ist genau so ein champ für dich ich zock den auch andauer der macht irgendwie bock das ist echt geil das was die gemacht hat so bis jetzt dein ulzi war noch gut mit sylas auch schon hat er direkt verstanden er meinte ja einfach gegen die wand hab ich einfach gegen die wand geklickt ja super geil ich hab ihn durchgespielt oh noch mal melonen das geht auch mit bischen und mitm river by the way come on bot ja doch du kannst kommen glaube ich du bist getroffen warte 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 wir waren auch hier alle rüber alle rüber ok los boah jumi abort mission äh fiss könnte move jetzt passt auf leute fiss roamed fiss roamed alarm du hast gehört die kerner ulti geht auch mit river und bischen ne river und bischen ja bische explodieren auch und der river und dann das explodiert jo der ganze river really ja also ich kann ihn einfach hier rein schießen oder was ja lol aber dann halt nicht die wall ne dann ist nur der river ganz vergisst wie fucking endlich da das top ist der hat kein flash oh habe ich denke ich sehr schön ja das ist so verfeilt so seit drei stunden hier mit dem du hör mal botlane ist miss ne danke botlane ist miss botlane ist miss der war tot da kann man nix callen botlane ist miss botlane ist miss mal die kriegen jetzt mit doch auch nicht was aber hast du noch ein hier schreien dann kann ich vielleicht sogar bei was hast du gerade gesagt ah du bist du warst tot da kann man nix callen ne ne der war tot da kann man nix callen ttt oder was ne 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 das war was Ola das letztes game gesagt hat ok jetzt verfisse ich mich endlich mach das meinte der macht ja voll spaß der voll entspannt ok der soll dem champion spaß machen ah der typ spielt jemand was jetzt ach fiss hat der ult ja play ich alle nein obwohl wie viel cd hat der denn ne der hat schon noch nicht cd ähm miss kragas gerade wir sind wieder hundertprozentig am Harry ok kein flash ich hab ult ready ich könnte direkt move'n oooh da haben sie den komm ich komm der hat keine ult der feil komm mit timmy also ich hätte der bot nicht gegen den fiss spiel ne der würde ich gleich ulten glaube ich der hat keine ult soll ich bot finnen joa mach ist das voll geil wäre wenn syland einfach die ult richtig klauen würde dass man die dann nicht benutzen könnte auch oooh wie immer wie immer soll ich mal drauf ansprechen gar nicht mehr in dem game geht da was ult hab ich ach der hat so viel damage mit so wenig items gemacht fight kommt top oooh stirbt der einfach nicht der grad aus oooh stirbt der einfach nicht der grad aus 2 HP hast du 1v2 gut schön mittlerhin tötet für's platt jungen 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 nimmst du hops eben top glaub ich nicht so ich das kann ii ja wie soll ich das machen der hat 340 HP der hotplate nicht der hat keinen flash der kann ich nicht hotplay ich hab keine eh kutcher ja ja jetzt erst aber der blockt das der wichser hat er nicht aber hotplate ja das war jetzt richtig schlecht von dem muss ich sagen hat er vorhin besser gespielt lauf Juni oooh kutcher ich bin schon harter smurf alter du bist es einfach du bist es einfach wie die Kiana da in der Bubble sitzt und einfach weiß dass sie tot ist einfach so die feed ich weiß nicht was in letzter Zeit mit mir los ist auf diesem Champion in letzter Zeit? ja immer kutcher werge nicht noch? ja sicher ach da könnte halt noch pike und so gleich kommen ne ja das ist auch der ich krieg bot hört ja das ist auch ich bin auch dran holt meint er so damit objective oder ne kennst du doch die Antwort Kevin guck mal hier da gehen wir für kutcher 5 Sekunden Ulti warte warte da kommt ah hm geht eher hier lang wenn die kommen wollen ah bin mir nicht mehr so sicher da kommt aber hier warten hm der Ulti ja gut ja gut wir haben das Timing aber auch raus ne ja muss ich auch sagen ja also ich geh mal jagen ne wir können ja mal durchgehen oder ja habt ihr in der bubble ja dieser wir haben alles schmeißen katzen kame kutcher ich dachte du savest mich save dich nicht kutcher du bist da muss ich leider am stich lassen boah ich hätte fast den escape dieser tausend gemacht war knapp über die wall hier ja ja schade schade ja da musste ich committen ne aber ich hab auch schon wieder nicht gemerkt dass die um ihr mehr gebaut hat ne das ist einfach illegal steht mir auch immer weggesnipe mit dem Fisch wunderschön Tim das ist halt voll lustig weil jedes game auch anders ist mit dem so ja hier ist ne andere Ulzer letztes hab ich gegen den südhers gespielt der gegen den showguard gespielt hat und damit so mit neun stacks auserlehen kamen und so 5000 leben hatte ja der hatte ich auch schon das war echt lustig geile story voll riesig ist er dann ja und voll tanky was geh ich in second johnny geh aufs maske und riders maske? ja macht spass enry maske? das sind auch mal spasszahn ok also die nicht die magic pan maske ne ja ja das ist ja keine maske mehr aber brauchst dich auch für eine sekunde grad nicht mal weh das ist ja ein adfiss ja doll das ist ja ein adfiss ja äh der ruft gerade in die mitte dann war mein ja wenn die chill ich kriegt hopp da hin ja gut schon meinst du die wand explodiert oder ja ich glaub nicht ja dann lass die doch mal killen oder wenn du sie trisst damit nicht ja warte mal hier sind explodiert so ein paar wände gerade ja uh ich krieg top tot ah der bin ja ich verstehe den champion nicht ja kann man eigentlich noch adi meister spielen nicht? ich erinnere mich das war ziemlich lustig früher geht nicht mehr oh schade kann man jemanden so hart vermissen gott defekt nur weil ich einmal tot bin ja wenn deine ausreden die brauchst du nicht ins chat hauen das ist auch super peinlich bisschen peinlich ja bisschen cringe ach ach so so wollen wir einen drake machen oder heute nicht so? heute nicht so äh der da ist für mich reserviert solar ach komm ich nicht in timehand konzern man ne will ich auch nicht toll schön den kennen auch noch denied dankeschön ja wenn du kein i drücken kannst was soll ich machen ne wieder aus steigen können wir ja lass mal drake machen ne lass mal ich glaub nicht dass wir da doch können wir wir müssen ein bisschen trust in Bart Zoe haben ja erst mal trust in den drake buff hier und so schauen wir als topside perfekter moment um drake zu machen ja also warten wir nicht ich meine das ist ein cloud drake da machen wir uns nicht ja aber da kommt halt nix anderes wir haben schon guck mal hier guck mal hier die wollen mich hier die wollen mich hier leute ja 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 wir kommen wir kommen vielleicht hätte ich ja verulten sollen ja für gar nix hier kommt noch ne kyana ja gut schade bist du verdammt ganz ehrlich wär schon sexy play gewesen wenn das geklappt hätte ja das habt ihr verdient da jetzt zu sterben bin ich ehrlich ja weiß ich nicht muss halt auch nicht so toxic sein boah reicht mir langsam mit euch na gut aber jetzt will ich was sehen ja gut dann haben wir das game doch wieder weggeworfen jetzt können wir wieder ordentlich spielen ja besser wissen irgendwie ist ein best of five für uns zu viel für manche mental ich hab das gefühl das best of two was schon ja egal wir fokuss und jetzt hier jetzt haben wir das game ja das ist ja das problem fokus ist weg er muss ja wieder da sein kurze tief einatmen bisschen meditieren die ist das ach So, hier Bulls. Lasst uns mal so richtig schön jemanden so richtig schön durchnudeln. Den Fister? Den Fister, der sieht doch lecker aus. Den holen wir uns. Er weiß aber, dass ich hier komme, ja. Das ist ein Pink Ward gewesen, wenn du durch bist. Ist er getankt hin? Wolltest du nicht aber Ult? Wollt ich nicht. Haha, na gut. Nächstes Mal. No. Ich dachte, ich kann eh Ult mal, aber die Animation ist ja übelst slow. Die gehen barren. Ja, holen wir. Gehen wir hin. Ja, das haben wir. Das haben wir. Da holen wir uns das Game zurück. Oh. Ja. Du mir halt keine Ult. Ich habe jetzt noch Doken rein. Haben abgebrochen. Ja, da können wir hier oben vielleicht noch. Aber wir pushen bitte. Ja, da wäre natürlich klüger. Oh. Gehen wir nicht drüber, wo ich da gerade gesprungen habe. Wir haben da Vision bei dir. Hier ist ein Pike. This ain't no sugar coded love. Oh shit. Da kommt, passen noch die Wände auf. Die kommen alle. Die kommen alle. Das kommt von unten. Den Kragas, den Kragas. Ah, ich würde da fortalieren. Nee. Ach du Scheiße. Das Hard countert uns ja. Oh, den habe ich so nass gemacht. Aber es ist so egal. Aber jetzt. Ah. Eins. Ah. Eins. So Leute. Und jetzt. Man sieht das alles kacke aus. Aber jetzt würde ich noch versuchen, uns kurz zu konzentrieren. Ich nehm das mal als nein wahr. Na gut. Gehen wir mal kein Tore. War der Koil nicht an der Wand? Ich guck zwei Sekunden später seit ihr zu dritter gestanden an der Wand. Da sind wir nicht an der Wand gewesen. Wir waren in der Wand. Okay. Hahahaha. Hahahaha. Alter Fokus jetzt hier. Ach, ich hab ich. Hahahaha. 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 Boah ne, die geht da rüber oder so ne. Hast du diese Chat-Card? Komm ich komm. Habe ich die gerettet? Können wir Nash machen? Ach fucking ey. Komm zu dir. Der nimmt dich ja komplett hops. Ja, natürlich. Ich weiß nicht wie Damage macht Fizz. Wie viel Damage macht Fizz? Der ist 3 Level über mir. Komm Tim, haben wir den? Der kann auch nicht mehr. Und wir haben Flash. Das kann ich euch versprechen. Stimmt. Vielleicht ist Flash eigentlich nur ne Noob Trap, weißt du? Hm. Wir treten voll rein. Hier Drake. Flash is useless. Change my mind. Ja. Lass mal mit Tim groupen. Und dann machen wir Action. Achtung, Achtung. Alter. Ja. War richtig kacke. Ja. Oder nichts ab. Die Wand ist wieder da ne. Die Wand. Lass mal Nash. 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 Ich auch nicht, aber... Wir sollten auf jeden Fall turnen. Ich bin ein bisschen verkauft. Der Witz ist da. Ich bin hier... Wo bin ich, alter? Hörn und ihr läuft auch... Aller erstmal hier hin. I don't get it. Oha. Irgendwie beim Moven glaube ich auch meine Dings gekommen. Ich brauch erstmal einen Schluck Wasser. Ich weiß man schon Wodka, wenn ich das hier ganz vergesse. Ich glaub, du solltest mal ein bisschen Abenteuer aufm Reiterhof spielen. Junge, das hab ich noch auf CD. Ernsthaft? Ja. War das mit dem großen Rezelspaß? Wie groß ist der ungefähr? Das hab ich sogar schon mal on stream gespielt. Das ist voll schwer, weil das so alt ist. Als ob? Ja. Gar nicht. Junge, 10 Euro. Ich hab früher so ein Spiel... Ich such das Video dir raus. Da musste man gegen so einen Huhn Tic-Tac-Toe spielen. Das war übel gut. Gegen Huhn? Hast du verloren bestimmt, ne? Alles war Challenger. Habt ihr Patterson und Findus damals gespielt? Wo man diesen Steinkopf hatten konnte? Alter. Patterson und Findus war das... Kennt ihr meine Patterson und Findus Geschichte? Die traurigste Geschichte, die ich je erlebt habe als Kind? Ne. Ich hab dieses Spiel geliebt. Trauriger als dieses Game? Ja. Ich hab das immer bei einem Kumpel gespielt. Und dann dachte ich mir so, ich will das auch unbedingt an meinem PC. Mein PC war voll kacke. Da lief immer nur so kacke und Word und Paint oder sowas. So, und dann hab ich mir so die CDs durchgeguckt und dann hab ich da als Fünfjähriger, der so ein bisschen lesen konnte, weil mein Papa mir so ein bisschen was beigebracht hat, eine CD gefunden, wo ich dachte Findus draufstehen. Da hab ich das reingelegt. Aber es war Windows 95. Du konntest schon mit Fünf lesen? Ja, ein bisschen. Ich ess mit 15. Ja, dann hab ich mir Windows 95 installiert. Ja, dann hab ich mir Windows 95 installiert. Wie gewinnen wir das Game jetzt hier noch? Äh, ich komm ins Bot. Da gewinnen wir ne Fight. Und dann haben wir das Game. Ja, ja, gefällt mir. I like. Du, da war ich traurig danach, ey. Wir haben hier keine Vision. Wir gehen Mitte durch, ne? Mitte, Leute, Mitte. Was ist dein Auftrag? Ja, ich hab versucht, ihn zu catchen. Hab ich gesehen. Okay, hier. Ich kann da babbeln. Au. Ist voll tanky, Alter. Der Witch ist da. Da ist kein Timing für mich. Der ist gestunt. Da kommt ne Bubble. Da kommt der Omega Flank. Oh, der kommt. Oh, ne. Oh, kein Wände, Alter. Ist das so dumm. Boah, die Kiana fickt uns so hart, Alter. Der Chap ist voll in Oven. Ja. Oder? Ich hab auch gar nicht eine Ult gedodged. Ich muss an Wänden stehen. Boah, ja. Das war spaßig. Ich hab dir auch nur gedodged mit Sonjas. So, Leute. Aber keiner besiegt Spin fünfmal in Folge. Jetzt kommt das Deathmatch. Ja, da werden wir uns richten. Ich spiel Kiana. Ich geh pissen. Ich hab mir das auch geklärt. Oh, wollt ihr surrendern? Die können das nicht defenden. Äh, de-fanishen. Jungs, die können das nicht finishen. Hallo. Bin doch da. Jungs, krutschst du nicht aufs Klo. Hey, ich bin doch da. Kucha. Hallo. Du bist muted. Das ist ja, das ist ja eine schöne Untergrüßung hier. Die finish das nicht. Ich def das. Ich def das. Wippel. Das könnte ein Penta werden. Ach, scheiß Steeler. Der Peik fährt gar nicht hier eine Runde und finisht den Nexus. Ach was, der kann keine Runde fahren. Ich sag es euch. Der ist hier. Der fährt eine Runde. Der fährt hier gar nicht. Irgendwohin. Äh. Der ist eine Runde gefahren. Haben wir. So, so als es jetzt leider ab kam. Wie lange ist so ein Solo auf dem Klo? Schon so eine halbe Stunde, oder? Wenn ich mir seine Füße an gucke, kann ich es schon lange. Oh, Alter. Das war nicht widerlich. Was? Dass er das hochgeladen hat. Ist auch stark grenzwertig. Ich dachte auch so, das kann doch nicht sein. Was hat der hochgeladen? Kennst du das legendäre Foto nicht? Nee. Schau mal bei Solo auf Twitter und scroll mal ein bisschen durch. Wo er seine Katzen auf dem Fußboden fotografiert auf der Toilette. Und achte auf seinen rechten Zehennagel. Das ist das lieb. Reiko wieder für den Resupp. Wir gehen halt mit unserem eigenen Turnier auf K. Vor allem Solo gibt es ja auch keinen Fick, ne? Der guckt jetzt auch nicht nach, ob das Game noch läuft oder so. Der ist einfach kacken. Der ist einfach kacken. Und kommt gleich wieder. Hö, das Game geht noch? Ich sag dir, wir gewinnen das noch. Na gut, vielleicht den nächsten. Achtung, Wand. Okay. Raus, raus, raus. Wir sind immer noch 4 gegen 5, ne? Wir müssen ein bisschen warten. Jetzt läuft es besser, Leute. Warum nur? Oh, da reinballern. Geht bitte durch. Das ist doch nicht wahr. Sola! Sola, komm schnell. Sola, bitte verrat uns nicht. Hallo, ihr müsst Base. Ja, ich bin doch in der Base. Oh, ist noch gar nicht over? Alter! Hören, warte mal, wir lässt sich ulti. Jawoll, der ist noch drin. Ne, hier kommt der Bike. Boah, den hab ich outplayed, den Jungen. Fis ult, auch gedodged. Klasse. Schön, dass wieder da ist, Sola. Läuft super. Nein! Oh, ich hab getroffen. Aber was? Hä? Hier! Der Pike! Ja, die hast du! Jungs, der Fiss! Shit! Den hab ich! Der Pike! Jungs, das sind ja 2 Yards, du! 4 vs 5, ihr so enthusten! Niemand schlägt Spin 5 mal in Folge, Alter! Schalt euch auch morgen wieder ein. Geil! Wir brauchen! Vielen Dank.